Hier präsentieren wir die 5 besten Dampfbesen-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Black Plus Decker FSM 1616 QS 2 in 1 Dampfbesen. Die Zeiten der Behälter, Staubtücher und auch der harten Chemikalien sind längst vorbei. Der FSM 1616 von Black Plus Decker befreit 99,9% aller typischen Heimbakterien mit sehr erhitztem Dampf und hinterlässt merklich aufgeräumte, streifenfreie Bodenbeläge, die in Sekunden trocknen. Mit dem um 180 gedrehten, leichtgängigen Reinigungsfuß können Sie Ihre Böden bequem und problemlos reinigen, auch unter der Art. Und damit die Kanten nie wieder rund gesäubert werden, kann der 2 in 1 Delta Fuss bei Berührung eines Fußes eliminiert werden. Nummer 4. Black Plus Decker 15 in 1 Dampfbesen. Die Zeiten von Eimern, Lumpen und harten Chemikalien sind längst vorbei. Der FSM H 13151 SM von Black Plus Decker befreit 99,9% aller gängigen Familienkeime mit stark aufgeheiztem Dampf und hinterlässt spürbar aufgeräumte, streifenfreie Böden, die in Sekunden schneller austrocknen. Der zusätzliche Dampfstrahl am Reinigungsfuß hilft besonders hartnäckigem Schmutz. Mit der ausgeprägten Autoselect Innovation können Sie alle versiegelten schwierigen Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Kunststoff, Fliesen, Marmor sowie Stein zeitnah, bequem und hygienisch sicher reinigen. Die richtige Menge und auch das Temperaturniveau von schwerem Dampf wird gerade durch die Pferstieß den Bodenbelag eingestellt, der Boden trocknet in Sekunden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sichler Haushaltsgerät Dampfreiniger 2 in 1 Dampfbesen DB 250. Saubere Bodenbeläge sowie Teppiche mit 100 C Dampf. Hartnäckiger Staub, Keime und vieles mehr haben keine Chance, und das alles ohne Chemikalien. Auch allergische Reaktionspatienten freuen sich darüber. Dank einer leistungsstarken 1300 W erreicht Ihr Reinigungsteufel in nur 25 Sekunden das Lauftemperaturniveau. Die flexible dreieckige Basis mit Kugelgelenk passt sich dem Boden an und entzieht sich einfach dem Widerstand. Der mehrteilige schwere Dampfmuck kann schnell und einfach zusammengebaut und auseinandergenommen werden. Ideal für kompakten Stauraum. Nummer 2. Kleanmax Dampfbesen 3 in 1. Der Dampfmuck 3 in 1 von Kleanmax ist ein Bodenreiniger, Teppichreiniger und auch Handschwer-Dampfreiniger in einem. Verwandeln Sie das Gadget von einem Dampfmuck direkt in einen tragbaren Dampfreiniger schnell in allen. Leicht aufgeräumte Bodenfliesen, Teppiche, Hausfenster, Autos und LKW-Kanten, Dunstabzugshauben und vieles mehr. Aufgewärmt in 30 Sekunden, 350 ml Wassertank, 1500 Watt Leistung, keine Chemikalien erforderlich. Schweres Dampfwerkzeug, Bodentuch, Teppichsegler, winzig. Und auch eine riesige runde Bürste, Lochdüse, Determining Cup und vieles mehr. Und die Nummer 1 unserer Liste. Kleanmax Dampfbesen 5 in 1. Mit dem Kleanmax Dampfbesen 5 in 1 erhalten Sie einen effizienten schweren Dampfbesen und auch einen vernünftigen Handdampfreiniger in einem Gerät. Der umfassende Zubehörplan macht den Kleanmax 5 in 1 Dampfmuck zu einem echten Allrounder mit Add-ons für fast alle Einsatzorte. Verwenden Sie es als Dampfbesen mit einem Management und dreieckigen Socke für glatte Bodenbeläge und Teppiche oder als kompaktes Handwerkzeug für Bereiche, die schwer zugänglich sind. Auch die Reinigung von Hausfenstern ist mit dem Dampfbesen Kleanmax 5 in 1 kein Problem. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.